Die Mautzunge IKLP fährt einen schwarzen Audi. Ich denke mal das A steht für Audi. Jetzt ist der Justin in der Musikecke und ich kann ihm nicht mal antworten, weil er mich privat angeschrieben hat, toll. Ja, muss er warten. Die Aufnahme läuft jetzt gerade seit einer halben Minute. Da muss er, wie gesagt, warten. Okay, hier möchte ich ungern jetzt kämpfen. Das ist auch so. Ey, es ist schade, dass du nicht so ein geiles mobiles Gefährt hast. Ihr seht kräftig aus. So und jetzt? Da lang. Warte mal, muss ich hier lang fahren? Ich kann mit dem Auto springen. Da hebt er einfach die Arme. Ach, hier drinnen. Der hat eine schöne Rüstung. Arjons Liebe und Asphils Führung. Ähm. Ja, gib mir den Ring. Wer kommt denn jetzt noch? Deine Schwester. Nee. Dann vielleicht Freunde von deiner Schwester? Nee. Alter, die wohnen in Bayern. Ja und? Trotzdem kann man hier noch Freunde haben. Hat sie aber nicht. Okay. Oh Gott, ich will irgendwie... Äh, okay. Müde. Warum bin ich müde? Ich beende gerade Quest nach Quest. Und bin ich in Stufe 65. Ja, Stufe 21. Ein Ort der... keine Ahnung. Neue Spieler. Rückkehr. Ja. Sprecht mit... ich hab ne pinke Quest. Ach so. Ja, ei, ei, ei. Oh lol! Da ist kein Level angegeben. Neue Spieler Rückkehrer. Sprecht mit Ceskas Freundin Raikis. Ceska ist ja gestorben. Stimmt, da war ja was. Aber wo muss ich die anderen Quests abgeben, bitteschön? Null. Achso, in dem Zustand geht das nicht. Das da? Verwandlung ist da. Kollektion. Ach, die haben das mit dem Update hier alles überarbeitet. Okay, Quest ist fertig. Das war. Ne, U nicht. Verwende eine Eintrittsbenachrichtigung. Verwende die verbesserten Samen in der Nähe von Baales. Wo ist Baales? Suchen. Wird mir nicht angezeigt. Ero Reich, Stufe 35, Elias Kristallkugel. Okay, dann machen wir das. Sprecht mit Elia. Sprecht mit Elia. Hier nix. Okay. Hammer. Beritra. Beritra. Der vierte Balur Gebieter der Dunkelheit. Bereiche Stufe 45, hab ich. Hör nicht die verbesserten Samen in der Nähe. Ja, aber wo muss ich das denn machen? Wo ist ein Baales Skullak Hügel zu finden? Wo ist der Skullak Hügel? Da, bei dir. Okay. Skullak Hügel. Skullak Hügel. Skullak Hügel. Skullak Hügel. Ich komm grad zu dir gerollt. Skullak Hügel. So. Wie viele Quests hast du eigentlich? in deiner seitenleiste viele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oder 10 stück habe ich noch ich krieg aber irgendwie auch mal wieder ich komme gerade zu dir gefahren ich öffne die ganze zeit irgendwelche gegensteuerung das war es so ein buch mit kristallkugel und so was sagt okay und einmal über die springen hilfe mich greifen hafien an hilfe der wichs die alte kröcke hat mein auto geschrottet aber ich habe so einen neuen vertrag bekommen äh gott wie öffne ich das denn nochmal schimlio vertrag der kerubin da zeig dich wie siehst du aus ihr könnt höchstens zwei verträge haben ernsthaft ich habe schon zwei scheiße wo bist du jetzt hinten da hinten drehen schwung weißt du wie dämlich das aussieht dass dort ein riesen kopf ist wo eigentlich das steuer da sein müsste drück mal auf die nase oh jetzt müsste genau mit ich da muss ich hin irgendwo hier muss ich ein paar samen aktivieren irgendwo hier irgendwo hier korabi sammler ich verwende die in der nähe von ba balas was ist denn ein balas ach nee sag bloß der ist da oben drauf wie komm ich denn da hoch das wird mir aber hier angezeigt das wird mir aber hier angezeigt bitteschön 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 ok das ist da oben gut ich muss da hoch wie komm ich da hoch am besten mal jetzt ist so hier noch bei bei justin ja boah ich kann es jetzt halt nie ändern und die sehen ja eigentlich dass wir in der aufnahme sind deswegen ist das so scheiße dass der mich privat anschreibt wie komme ich da hoch hast du auch diese quest mit den samen von den stinkblumen ja weißt du wo man die einsetzen muss nee also mir wird genau dort wo du bist das x angezeigt aber ich sehe halt nix das kann ja nur dort oben sein aber wie kommt man da hoch ich habe halt keine ahnung wie ich woher gekommen bin äh indem du gelaufen bist wird schon so sein ja laufen wow das ist ja krass hast du jemanden laufen sehen nö die rennen immer alle nur hier rum ähm ähm dann kann man ja eigentlich bis von der Seite da hoch kommen ein Riss nach Asmodär ist aufgetaucht ja schön für den Riss ich habe halt gerade wirklich das Problem dass ich das nicht finde irgendwie muss ich doch da hoch kommen jetzt bin ich in der Mondscheinhöhle okay hier gibt es riesen Angst Angst äh ja hier geht es nicht weiter ja scheiße scheiße Ahhhh, weg der Valurgebieterin, Skolarhügel. Ich weiß hier nicht weiter. Au, 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 au. Genau. Ihr kämpft gegen den Riesen, los, beschützt mich, euren Herrn und Meister. Hä, hier oben geht's halt um... Was soll das? Ah geil, hier oben könnte ich erstmal schön ranken. Was soll das? 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 Was soll das?